Moodle Lernraum – Wie man Gruppen einrichtet Häufig ist es praktisch, wenn man die TeilnehmerInnen innerhalb eines Moodle-Kurses in Gruppen einteilen kann. Hierfür gehe ich zum Kurs und dort zum Reiter TeilnehmerInnen, wo ich gleich auf den ersten Blick die Liste mit allen Teilnehmenden im Kurs sehe. Etwas versteckt, nämlich oberhalb der Liste und direkt unter der Menüleiste befindet sich aber auch ein Dropdown-Menü mit drei Menüpunkten, die sich auf die Organisation von Gruppen beziehen. Gruppen, Gruppierungen und Überblick. Unter Gruppen sieht man, ob es schon Gruppen im Kurs gibt. Bei neu eingerichteten Kursen ist das nicht der Fall. Man hat nun drei Möglichkeiten, Gruppen zu erstellen. Gruppe anlegen, Gruppe automatisch anlegen und Gruppen importieren. Gruppe anlegen, hier legt man Gruppen manuell an, vergibt einen Namen, optional eine Beschreibung und kann auch ein Bild hochladen. Ich erstelle hier als Beispiel die Praktikumsgruppe Montag. Was ich für mein Beispiel hier nicht brauche, ist die Funktion Einschreibeschlüssel. Das benötigt man nur, um TeilnehmerInnen über einen gruppenbezogenen Einschreibeschlüssel direkt in eine Gruppe in einem Kurs einzuschreiben. Die Gruppenmitteilungen sind im Standard auf Nein. Wenn man sie auf Ja setzt, könnten alle Teilnehmenden innerhalb einer Gruppe über Mitteilungen Nachricht an die anderen GruppenteilnehmerInnen senden. Allerdings ist es in den meisten Fällen sinnvoller, für die Gruppen im Kurs ein Forum einzurichten, sodass diese Option eigentlich obsolet wird. Ich füge noch ein Bild hinzu und mache das Gleiche für meine zweite Gruppe, die ich Praktikumsgruppe Dienstag nenne. Nun habe ich zunächst die Gruppenhüllen angelegt. Das zeigt mir die Null an. Die Gruppe ist also noch leer. Wenn dann TeilnehmerInnen im Kurs sind, die auf die Gruppen verteilt werden sollen, geht das über NutzerInnen verwalten. Die möglichen Mitglieder bestehen aus allen eingeschriebenen NutzerInnen im Kurs sortiert nach Rollen. Über Hinzufügen schiebt man die möglichen Mitglieder in die jeweilige Gruppe. Über Entfernen könnte man sie wieder entfernen. Über Zurück zu Gruppen kommt man wieder auf die Gruppenseite und kann zum Beispiel beliebig weitere Gruppen anlegen und mit NutzerInnen füllen oder zum Beispiel eine bestehende Gruppe bearbeiten. Ich fülle auch die Dienstagsgruppe mit einer Teilnehmerin. Zurück zu Gruppen, hier kann ich die Gruppen dann wieder bearbeiten oder natürlich auch löschen. Statt Gruppen manuell anzulegen, kann ich auch die Funktion Gruppen automatisch anlegen nutzen. Mithilfe eines Namensschemas kann ich dann automatisch durchbuchstabierte Gruppen, dafür nutze ich das Symbol Add, oder automatisch durchnummerierte Gruppen, dafür nutze ich das Symbol Raute erzeugen. Ich nenne meine Gruppe hier beispielhaft Praktikumsgruppe Raute, also erzeuge ich Praktikumsgruppen mit der Nummer 1 bis X. Dann kann ich eine bestimmte Anzahl von Gruppen oder eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern pro Gruppe auswählen als Kategorie für die Erzeugung von Gruppen. Ich lasse hier die Anzahl von Gruppen ausgewählt und gebe dann eine 2 ein. Ich möchte also zwei Gruppen automatisch erzeugt bekommen. Im Bereich Gruppenmitglieder kann ich dann noch ein paar weitere Einstellungen machen. Zum Beispiel kann ich filtern, welche Rolle von NutzerInnen bei der Gruppenbildung berücksichtigt werden soll. Im Standard sind das nur Personen in der Rolle Student. Ich lasse hier den Standard, auch die zufällige Zuweisung übernehme ich. Würde ich hier auf keine Zuweisung umstellen, hätte ich erstmal nur die Höhlen geschaffen. Unter Gruppierung kann ich dann entscheiden, dass ich alle automatisch angelegten Gruppen einer Gruppierung zuweise. Das macht in sehr vielen Fällen Sinn, vor allem dann, wenn ich mit mehreren Gruppenarbeitsphasen arbeite oder wenn ich Gruppenabgaben nutze. Dann sollte ich meine Gruppen immer und unbedingt in Gruppierungen kapseln. Ich mache das in diesem Beispiel auch, die Gruppierung nenne ich einfach Praktikum. Ich sehe nun unter Gruppen die erzeugten Gruppen. Wechsle ich im Dropdown-Menü auf Gruppierungen, sehe ich auch die erzeugte Gruppierung, nämlich Praktikum. Über das Person-Icon ganz rechts kann ich nochmal kontrollieren, welche Gruppen in der Gruppierung gelandet sind. Hier könnte ich auch weitere Gruppen hinzufügen. Unter dem Punkt Gruppierung kann ich auch weitere Gruppierungen manuell anlegen. Und schließlich gehe ich nochmals zur Seite Überblick und sehe alle Gruppen auf einen Blick und kann diese Ansicht auch nach speziellen Gruppierungen oder nach speziellen Gruppenfiltern. Schließlich kann ich mir die Liste in verschiedenen Formaten herunterladen. Optional kann ich auch Gruppen importieren. Hierfür benötige ich eine vorbereitete CSV-Datei. Diese kann zum Beispiel so aussehen. Oben sind die Feldnamen, dann kommen die Gruppennamen. Das ist ein obligatorisches Feld und in dem Fall habe ich noch in der nächsten Spalte die Namen der Gruppierung hinzugefügt. Nach dem Importieren, ich habe als Trennzeichen das Komma gewählt, sehe ich, dass es vielerfrei geklappt hat und sehe eben die erzeugten Gruppen und die erzeugte Gruppierung.